Ich habe mich zum einen für die Hochschule Ansbach als Arbeitgeber, aber explizit für meinen Job als Gründerlotse und Gründungsberater entschieden, weil ich glaube, dass die Hochschule Ansbach ideale Voraussetzungen für die Erarbeitung von Gründungskonzepten, aber auch für junge Gründungsteams hat und diesen Prozess möchte ich gerne unterstützen. Ich glaube, dass hier viel Innovationspotenzial ist. Es gibt eigentlich keinen typischen Arbeitstag in meiner Position, weil es unglaublich vielfältig ist. Mein Aufgabenspektrum beinhaltet wahnsinnig viele Themenfelder und Aufgaben. Das fängt bei der Beratung von Gründungsinteressierten Studierenden an, geht über Netzwerkarbeit mit Partnerunternehmen, mit unseren Partnerhochschulen im Rahmen von Existency, aber natürlich auch in der Lehre Workshops, also gezielt die Erarbeitung von Gründungsideen zum einen, zum anderen aber auch die Erarbeitung von Geschäftskonzepten mit bestehenden Ideen von Teams und das Coaching von Teams ebenso. In drei Worten würde ich sagen, die Hochschule Ansbach ist jung, dynamisch und innovativ. Wir säßen das bei der nhau und zeigen, die weit Grenzen für die Sommerfonomie ausging, sind wir hier in der Pandemie? Noch ein paar Milliarden Jahre? Ich glaube, dass wir in der Naja-Stand bewirken sind, nicht mehr als journeys und nach uns einsetzen. Meine Damen und Herren, wir schauen uns, wie genau alle,